Hallo, ich bin die Kathleen und ich bin Bauingenieurin bei Bauer Spezialtiefbau. Ich habe zwölf Jahre lang in Australien als Bauingenieurin gearbeitet im Tiefbau, im Designentwurf, Angebotserstellung und auch Projektmanagement und nach zwölf Jahren habe ich entschieden nach Deutschland zurückzukommen und habe bei Bauer ein neues Zuhause gefunden, wo ich auch wiederum international an Projekten mitarbeiten kann und das macht einfach riesen Spaß. Die Unternehmenskultur finde ich bei Bauer sehr spannend, weil sie tatsächlich mit den vielen Nationalitäten, die hier zusammenarbeiten, sehr spannend ist und dass Bauer sich auch immer wieder darauf einlässt, neue Dinge auszuprobieren und neue Ideen zu testen. Man braucht sehr viel Durchhaltevermögen, Sturheit, gerade auch wenn man Ausland machen möchte. Bauen sind sehr gut mit den Details und werden sehr gerne dafür genutzt, die ganzen Details auszuarbeiten, aber wenn es dann darum geht, auf die Baustelle zu gehen, wird man gern vergessen. Da muss man sich durchsetzen und beweisen, immer wieder. Abonniert!